Ja, herzlich willkommen zu den CATV News aus dem Januar. Deutschland. 50 Kilogramm Cannabis beschlagnahmt. In Weil am Rhein haben Zollbeamte einen, wie sie behaupten, größeren Drogenschmuggel verhindert. Der Fall hatte sich schon Anfang Dezember ereignet. Das Hauptzollamt Lörrach hat aber erst jetzt die Öffentlichkeit informiert. Am Grenzübergang Weil am Rhein kontrollierten Zollbeamte zwei Schweizer Fahrzeuge aus dem selben Kanton, die direkt hintereinander fuhren. Beide Fahrer behaupteten, keine anmeldepflichtigen Waren dabei zu haben. In einem der Autos fanden die Beamten dann aber mehrere schwarze Plastiksäcke mit Marihuana. Insgesamt waren es über 50 Kilogramm. Die beiden Fahrer wurden vorläufig festgenommen und sie kamen vorläufig in Untersuchungshaft. Offenbar kamten sie sich. Eine Laboruntersuchung haben dann ergeben, dass es sich um sogenanntes CBD handelte. Es hat aber einen Anteil von mehr als 0,2 Prozent des psychopativen Wirkstoffes THC. In Deutschland ist ein maximaler THC-Gehalt von 0,2 Prozent erlaubt. Beide Männer müssen mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Drogenbeauftragter Blinert dämpft die Erwartungen. Ja, der neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert von der SPD, hat die Erwartungen eine rasche Legalisierung von Cannabis sowie hohe Steuereinnahmen gedämpft. Das Thema ist extrem komplex und voller Fallstrecke, sagte Blinert dem Redaktionsnetzwerk DeutschlandRND. Es macht keinen Sinn, jetzt die Legalisierung übers Knie zu brechen, wenn er wenig später die Verkaufsstellen wieder schließen müssen, weil wir etwas vergessen haben. Das ist kein Gesetz, das man so einfach aus dem ärmen Schüttel kann, betonte er. Auch im Ausland werde sehr genau beobachtet, wie Deutschland bei der Legalisierung vorgehe. Wenn wir wollen, dass es auch international zu einer neuen Drogenpolitik kommt, die mehr auf Gesundheitsschutz und Regulierung und weniger auf Repression setzt, dürfen wir uns keine Fehler erlauben, betonte Blinert. Deshalb müssen mit vielen Beteiligten gesprochen werden und das Gesetz ordentlich ausgearbeitet werden. Klar ist aber, noch in dieser Wahlperiode soll es ein Gesetz geben, mit dem Cannabis für Erwachsene legal, aber kontrolliert und sicher in Deutschland zu kaufen sein wird. Das sagt der Koalitionsvertrag und daran werden wir uns halten, betonte er. Blinert plädierte dafür, auch den Cannabis-Anbau in Deutschland zu legalisieren. Ziel der Koalitionspartner sei es, dass die komplette Lieferkette transparent nachverfolgt werden könnte, von der Pflanze bis zur Verkaufsstelle. Deshalb spricht vieles dafür, auch den Cannabis-Anbau in Deutschland unter strengen Regeln zu erlauben, sagte er. Dagegen hätten die Niederlande Cannabis legalisiert, ohne sich darum zu kümmern, wo das Cannabis eigentlich herkomme. Das habe die organisierte Kriminalität enorm gestärkt und zu einer erschütternden Eskalation der Gewalt geführt. Wir müssen und werden höllisch aufpassen, dass uns das nicht passiert, sagte der SPD-Politiker. Ein Eigenanbau wird es somit wohl nicht geben. USA. Studie, Cannabis-Wirkstoffe könnten gegen Covid helfen. Ein Forschungsteam der Oregon State University und der Oregon Health and Science University fanden heraus, dass Cannabissäuren den Eintritt des Coronavirus in die Zellen blockieren und somit vor einer Ansteckung schützen könnten. Es wurde bestätigt, dass zwei Cannabinoide mit den höchsten Affinitäten zum Spike-Protein, Cannabidiolsäure, also CBDA, und Cannabigerolsäure, also CBGA, die Infektion menschlicher Epithelzellen durch ein Pseudovirus blockieren, das das Spike-Protein abbildet. Noch wichtiger ist, dass sowohl CBDA als auch CBGA die Infektion des ursprünglich lebenden SARS-CoV-2-Virus und besorgniserregende Varianten blockieren. Das heißt allerdings nicht, dass man viel Cannabis rauchen sollte. Um sich vor einer Erkrankung in Covid-19 zu schützen, bei CBGA und CBDA, auf die sich die Studie bezieht, handelt es sich im Gegensatz zum als berauschende bekannten Tetrahydrakoncannabinol, also THC, nicht um psychoaktive, sondern um gut verträgliche und sichere Inhaltsstoffe, so Studienleiter Richard B. von Bremen. Entsprechende Präparate können über den Mund eingenommen werden, Hitze inaktiviere die Verbindung und mache sie unfähig, das Spike-Protein zu binden. Deshalb funktioniere Marihuana-Rauchen nicht. 35% THC und sie riechen nichts. Ja, dann liegt es wohl daran, dass an diesem Dienstag ein kanadisches Unternehmen die Markteinführung einer geruchlosen Cannabis-Sorte mit hohem THC-Anteil präsentierte. Das Unternehmen nutzte seine propitäre Technologie, um den Geruch einer Sorte mit hohem THC-Gehalt zu reduzieren. Jüngste Tests haben gezeigt, dass die 41%ige Pure Can-Sorte einen Cannabinoid-Gehalt von 40,6% und einen THC-Wert von 35% aufweist. Laut der Firma ist die Sorte praktisch geruchlos, wenn sie geraucht oder gelagert wird. Das Unternehmen sieht das Zerschneiden von Gerüchen als Türöffner für den Cannabis-Konsum in Umgebungen, in denen Gras derzeit möglicherweise nicht willkommen ist und verringert gleichzeitig die Auswirkungen für andere, die empfindlich auf den Stechen von Cannabis reagieren. Die Technologie lässt sie rauchen, wann sie wollen, wo sie wollen, ohne bemerkt zu werden oder ohne andere, die gegenüber Cannabis empfindlich sind, zu stören. Außerdem berichtet dieses kanadische Firma, dass es mehrere Sorten entwickelt und getestet hat, die von weniger als 0,3% für den rauchbaren Hanfmarkt bis zur neu angekündigten Sorte mit 35% THC reichen. Laut Buzzfeed zeigte die im Jahr 2019 veröffentlichte Umfrageergebnisse, dass etwas mehr als die Hälfte der befragten US-Bürger der Meinung waren, dass der Geruch von Gras in der Öffentlichkeit zu einem Problem geworden sei. Dieser Prozentsatz war in Kanada sogar noch höher, wo im Vorjahr grünes Licht für den Freizeit-Kannabis-Konsum gegeben wurde. Ob dadurch verlorene Terpene oder Aromastoffe manche Wirkung zu wünschen übrig lassen, sei noch in Frage gestellt. Österreich. Lecker Braunies in der Schule. Ja, Frau musste ins Spital. Wie jetzt bekannt wurde, wurde die Polizei am Freitag gegen 12.15 Uhr zu einem medizinischen Notfall in die Schule in Villach gerufen. Eine 23-jährige Schülerin hatte von einer Klassenkameradin in der Schulpause einen leckeren Brownie, aber ein mit Cannabis versetztes Gebäck erhalten. Nachdem sie dieses gegessen hatte, bekam sie Kribbeln und ein Taubautsgefühl in den Händen. Dann verständigte sie ihren Klassenlehrer, der daraufhin die Rettung rief. Die 23-Jährige wurde zur Untersuchung ins LKH Villach gebracht. Die Ermittlungen ergaben, dass die 23-Jährige den Brownie von ihrer 19-jährigen Klassenkameradin bekommen hatte. Diese gab an, dass sie mit dem einen Bekannten ausgemacht habe, dass er das Gebäck in die Schule bringe. Erhalten habe sie diese jedoch von einem ganz unbekannten Mann. Selbstverständlich. Weiteres aus Österreich. Der österreichische Verfassungsgerichtshof prüft das Cannabis-Verbot. Und zwar Ende Januar hat der Verfassungsgerichtshof einen Individualantrag von Paul Burger, einem jungen Mann aus Niederösterreich, zugelassen. In diesem fordert er den persönlichen Umgang mit Cannabis als durch die Verfassung geschützte Freiheit anzuerkennen. Dazu zählt für ihn auch der Eigenanbau von Cannabis zum Eigengebrauch. Ein finales Urteil vom Verfassungsgericht wird im Sommer erwartet. Und wir sind sehr gespannt. Ja, und noch eine traurige Mitteilung aus Österreich. Der Hanfaktivist und Initiator des Hanfinstitutes, Toni Stracker, auch bekannt aus mehreren TV-Shows, in der er sich als guter Redner und Befürworter der Legalisierungsszene erwies, ist leider viel zu früh im Januar verstorben. Ja, wir bedauern diesen Verlust und senden seiner Familie für Kraft und Liebe. In diesem Sinne, schaut, was ihr zu euch nehmt, ob die Brownies Cannabis enthalten. Bleibt gesund, abonniert uns, werdet Mitglied und unterstützt uns noch ein bisschen mehr. Oder lasst doch mal ein super Thanks hier. Wir freuen uns auf jede Hilfe, denn wir arbeiten größtenteils unbezahlt. Bis dahin, Baba. SWISS TZ